die souls hätte ich jetzt bereit zum leveln ich hätte aber gerne noch eine nächste tür das sieht sehr fein aus ist das direkt bosskampf oder kommt noch was i don't know but i got what i wanted gehen wir mal davon aus dass es genauso ist wie die keramik oma wird das hier genauso sein dass hier direkt danach der boss kommt und wenn wir die tür verlassen dass irgendwas passiert more magic power yes wo ist das dass ich schneller charge ja more dexterity hab nicht genügend belastend open salami throne of ich konnte es nicht lesen auf das warm king wahrscheinlich ja nice again on a man rein cropped crow clearing my growth have failed to teach you a lesson so i have to do it myself after i'm done it with you and your feathers to buff my armor and make it shine it be most handsome creature under the shadow of the doors all right squishy time king of the swamp guardian of the flooded fortress lord of his domain ruler of all surveys champion of the people in the keep of the ocean for the first of his name second of its name of the father of the you got disconnected that's nice that's happens all the time wir müssen erstmal seine rüstung loswerden schade irgendwie dass ich seinen namen gerade nicht komplett lesen konnte shit okay aber ich glaube wir haben es das war seine rüstung wow das hat da reingepasst amazing okay so setzen wir zurück quasi die arena reset okay hat noch geklappt ah äh twenty one das ist etwas was man bei uns im fachmund nennt du wurdest gebungoht banlie hat probleme mit dem server alle wurden disconnected und jetzt versuchen alle gleichzeitig wieder zu reconnecten und es kommen halt nicht alle spieler gleichzeitig rein weil sonst die server abbrennt werden würden das ist total normal happens all the time hol dir was zu futtern hol dir was zu trinken in einer halben stunde oder so kannst du wieder weitermachen scheiße RNG got the better of me nicht die vordere plattform kaputt machen ok ich kann es nicht weitermachen also ich kann es ja Oh, a close one. Amazing. Das war ein nicer Bosskampf. Also mindestens doppelt so cool wie die Pot-Oma. We gather here together to mern the passing of the Frog King. A bold and fearless leader he was prescued for a simple desire to place all in the forest under his ruin and occasionally his bottom. His reign is ended and his absence will be felt across the swamp. Bord your head in remembrance. Pay your last respect. His time in this world is over. Haha, you're dead, dumbass. Lul. Bist schon wieder drin? Sehr schön. You found a giant arrowhead. I wouldn't want to be on the receiving end of one of these. Collectible einfach nur? Steht zumindest nichts drauf. This arrowhead would have been much too large to fit in a normal bow. Your sense latent soul energy contained inside. The previous owner must have been imbued with some of his soul in order to prevent or delay his death. In his aspect it is the direct forerunner to the weapons of the modern Reapers used themselves. Interesting. Is it just a collectible or is it something we actually need? Warum sah es gerade so aus als ob du atmen würdest? Was passiert jetzt eigentlich wenn ich nicht dahin gehe? I don't know. Aber wir gehen natürlich den schnellen Weg damit wir die Cutscene bekommen die wir brauchen. Welp, I think I fucked it up. So anyways Dahin Nicht dahin Mushroom Temple heißt es. Dungeon Mushroom Dungeon Entschuldigung Da drüben waren wir irgendwie immer noch nicht Strange, but okay Ow So anyways Da lang Danke Das war das Ding was ich vergessen habe damals mitzunehmen Happens Und es gab halt noch eine Abkürzung in die Richtung irgendwie Also drücken wir jetzt mal unsere Gesicht an die linke Seite rechte Seite Waren wir hier I don't know Does not look like something I was before Nope I wasn't because I'm an idiot Abkürzungsmodus aktiviert Gibt es sonst noch irgendetwas anderes was ich hätte vergessen können and probably have Egal Plants are plants Flowers are flowers Und damit komme ich zurück zu meiner Tür Ich setze jetzt dadurch dass ich nicht in die Tür reingegangen bin wirklich Dialog übersprungen habe mit dem Keymaster Would be kind of sad to have to tell you have to tell you Nobody cares Hi ich würde gerne leveln Ich kann nicht leveln Bis gleich Nice CJ Nice Ich glaube es war das Commentary I believe so Wir haben jetzt Bomben Hier ging es zum Summit Da wollen wir nicht hin Wir wollen nicht nach oben Wir haben immer noch nicht die Ability bekommen dass wir uns irgendwo festhangeln können und durch die Gegend schobbeln können Kannst du bitte schneller angreifen wenn du getroffen Wurde ich gerade von low level mobs gekillt Aber ja die staggern mich genauso wie ich sie staggere So yeah War ich hier I think not I never used fire on these things Oh nice Ein Gebiet voller Spinnen Well isn't that nido Wie viel XP geben die Eins Okay Das ist es nicht worth Tonkos Ich habe ein Gefühl ich weiß zu wissen wo wir sind I believe I do Oh hier ist der Check ob wir Feuer haben Ach guck mal an Ist das nur bei den Grauen so Ne ist bei allen so Yeah you know what I think I want all of you dead because I hate Spiders Actually I like Spiders Spinnen sind toll Die sorgen dafür dass keine Mücken existieren However Nicht unbedingt in meiner close proximity Da müssen sie nicht unbedingt sein Ihr seid zwar kaum XP wert aber I can murder you and that is reason enough I want to kill you Wo wir gerade von Mücke reden Da ist einer A fucking amazing I hate them Ist das hier Optional Dungeon oder hat das einen Grund warum ich hier bin Das da könnte ich platzieren Wie schaut denn das mit Feuer aus Genau so wie mit allem anderen auch Gib mir mal den Hammer bitte Also wenn der Hammer doppelt so viel Schaden machen würde würde ich eigentlich sagen Yo Voll nice eigentlich Mit dem POE ist er echt gut wenn halt viele Gegner da sind Aber ansonsten bevorzuge ich das Schwert Weil dafür dass er nicht so viel Schaden macht wie er müsste ist er einfach zu slow Also wird er halt komplett outshine von dem Standort Schwert Absolut Zip Zap Was ist das hier für ein Gebiet Ich rieche optional Hat es sich gerade damit verbunden Interesting Was ist das hier Ist das der bist du Arachnophob Check oder mögen die Entwickler einfach nochmal ein Dungeon Themed Teil haben Oh Ihr seid anders Okay Ich dachte das sind einfach nur grüne Kackhaufen aber das sind sehr spezielle grüne Kackhaufen So you are interesting though Interesting Nice Another way to go Zip Zap Danke Hi Why? You found an old compass. It occasionally twitches and turns on its own wimps. It's clearly very old, perhaps the mechanism inside is mostly worn away. The compass occasionally twitches and turns by some strange wimps, but mainly appears to be drawn to the death's door rather than pointing north. It must have belonged to an explorer who was searching for the legendary door. Interesting. Nice. I cannot go back. So, let's walk again, I guess. Habe ich noch ein CD übrig? Ja. Damit ich hier nicht nochmal hingehen muss, wenn ich nach der Suche nach den letzten Pflanzen bin. Sorry. Schluck auf. Hör auf. Wir brauchen Feuer, die Ability zum Wand kaputt machen und Grapple Hook. Ich nenne es jetzt einfach mal beliebt, Grapple Hook. Aber ja, wir werden hier nicht weiterkommen. Wir merken uns, sobald wir die Ability für den Grappling Hook haben, gibt es hier vielleicht noch etwas zu tun für uns. Aber für jetzt? Ich denke, das ist es. Ja. So, how exactly do I get back? Danke, 21. Ja, so actually, how do I get back? Ah, oben rum natürlich. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, der Spider Dungeon wird irgendwann später von uns für Wichtigkeit werden. For now, kein weiter Weg. Okay. Okay. Wir haben Bomben. Hier oben war der Summit, ne? Also hier ging es nach ganz oben. Ja. Hier ging es zu den Overgrown Ruins, beziehungsweise zum Frosch. Hier geht es noch weiter zum Summit. In die Richtung hier dürfte die Pot-Oma gewesen sein, also das Keramikland. Also suchen wir jetzt... Scheiße, was war denn das letzte? Vielleicht sagt uns das die Krähe hier nochmal. Another outstanding victory. I am impressed by your courage and digger, fledgling. Once again, I reiterate. I have to struck here for a long time so I can accomplish so little in comparison to you. You have given this old crow hope for the first time in many, many years. One more giant soul and we can open death doors. I succeeded. You had west. I succeeded. Danke. Atop the mountain, you will mend the ancient beast of untold years. Also will ich doch zum Summit. Na, ich weiß wo Westen ist. Also gehen wir da hin. Hier war die Pot-Oma, ne? Ja, da ist die Pot-Oma. Gibt es hier noch irgendein extra Special-Ding? Was ich erst jetzt holen kann. Ne, hier oben war immer irgendwas zum einsammeln. Definitiv. Hm, ich glaube hier bin ich nie lang gegangen. To the standard sailor. Nicht standard, aber hey. Vielleicht ist das auch ein Standard. Bye-bye's. Noch kein Check, ob wir die Ability Explosive haben. Wait. Wir hätten hier schon viel länger hingehen können, oder? Ne, 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 hier geht es ganz woanders hin. Aha. Da ist der Explosive-Check. Ich erinnere mich an dich und du bist genauso ekelhaft wie vorher. Ach, das ist ewig weit weg. No. Dafür, dass das ja die Hubworld ist, gibt es halt nur eine einzige Tür. Und wie gesagt, es gibt halt auch keine Karre, also weiß ich jetzt schon wieder absolut gar nicht mehr, wo ich bin. Aber ich weiß, wie ich gelaufen bin, allerdings nur von ganz oben her gesehen. Also gehen wir wieder noch ganz oben. Hi. Ja, hat Spaß. Das freut uns alle. Wie kommen wir da rüber? Good question. Answer? Not available. Try again later. Neue Idee, was das genau sein soll. Nein! Lass mich da rüber. Danke. 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 Wussten wir hier schon, wie Ghouli-Deckel funktionieren oder war ich damals noch dumm? Nonetheless, wo führst du mich hin? Ah ja. Okay. Ich weiß wieder, wo es mich hinführt. Da war mal eine Seele. Eine Hunderter. So, und von hier aus weiß ich wieder, wo ich langlaufen muss. Right. Was ist das? This simple structure was a twin. Has a twin. A hidden secret lies within. In dem Turm. Also es gibt einen zweiten Turm, wie das hier. Und da ist ein secret drinnen. Well, thanks for the information, dumbass. To the summit. Nope. Nope. Lass mich da durch. Mit durch meine ich hoch. Oh. Zurück. Ich will nicht auf den Berg wirklich komplett drauf klettern. Danke. Ich will erst mal das andere Ding machen. Aber ich hoffe, das hat als Checkpoint gedient. Falls wir jetzt nochmal bei dem Typen drauf gehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Typ mich nach oben zu dem Schrein bringt. That is just something called convenience. Und saft. Und saft. Come on, Specky. Putt. Was hat mich davon abgehalten, einfach an ihm vorbeizulaufen? Actually, serious question. Also, hätte ich einfach an ihm vorbeizulaufen können? Ja, ist auch egal. 50 Seelen sind 50 Seelen. Du siehst rot aus. Du gibst mir wahrscheinlich keinen Help ab. Nope. Mana ab. Hey. Egal welchen Schrein wir als nächstes finden. Ein Ab werden wir bekommen. Okay. Bitte sagt mir, dass ich dir nicht rauskomme. Bitte sagt mir, dass ich dir nicht rauskomme. Bitte sagt mir, dass ich dir nicht rauskomme. Bitte sagt mir nichts. Fuck. Ich hätte erst noch ganz kurz weiterlaufen sollen, weil garantiert keine 5 Meter von da, wo ich lang gelaufen bin hätte es bestimmt ein Checkpoint gegeben für eine Tür. 99%. 100%.